Hallihallo, wir machen heute mal ein neues Video und zwar teste ich heute mal Temu und zwar habe ich mir bestellt eine Hängematte mit Moskitonets, die kostet momentan 31,97 Euro, was schon sehr günstig ist und ich habe sie als Testangebot, also man kriegt das bei Temu das erste Mal bestellt, Megaprozente und da hat mich das Ding unglaubliche 2,99 Euro gekostet. Ja und das wollen wir jetzt mal testen, ich habe das noch nicht einmal ausgepackt um zu gucken was da jetzt so dabei ist, hier sieht man den Zettel richtig, also von der Größe her, 2,80 x 1,40, das ist aus Nylon und hier sieht man nochmal wie das so aufgebaut werden soll, bin ich mal gespannt ob das so funktioniert, wir kennen das selber mit so einem Ratschensystem, das ist hier wohl nicht so, aber wir gucken mal wie das so klappt. Ja und hier ist das Ding eingepackt, das werden wir jetzt mal auspacken und dann alles dabei, dann werden wir uns mal anschauen, wie das so funktioniert beim Aufbau. Dann werden wir uns mal versuchen das Ganze aufzuhängen. Da fällt mir noch ein, dass ich noch nichts zur Lieferzeit gesagt habe, der Artikel hat ganze 9 Tage gebraucht bis er bei mir war, was ich eigentlich total in Ordnung finde. Nachdem das Ganze hängt, kommt der erste Belastungstest und zwar das Kind mit 25 Kilo, was schon mal super funktioniert, nur etwas zu tief hängt. Nachdem ich das Ganze nochmal etwas höher gehangen habe, komme jetzt auch ich dran und da sind wir bei roundabout 100 Kilo. Dazu kommt jetzt noch Person Nummer 2, das Kind mit knapp 25 Kilo und wir befinden uns nun bei ca. 130 Kilo und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir einstürzen. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Von der Befestigung her ist es wirklich sehr stabil, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja gut, ich habe nochmal ein bisschen nachjustiert, ein bisschen weiter nach oben, weil beim Kind hing es dann halt schon runter. Ja, wie man sehen kann, das klappt hier wirklich 1a und es hält sogar einen Erwachsenen und ein Kind zusammen aus. Ob das jetzt eine ganze Nacht funktioniert, sei mal dahingestellt, aber das funktioniert super. Ja, es macht was man machen soll. Man hat hier auf jeden Fall den Mückenschutz und man hat diese Hängematte, wo man ganz normal gemütlich drin liegen kann. Also es ist auch gemütlich, zu zweit vielleicht jetzt nicht ganz so, aber dafür soll es ja nicht sein. Aber wir haben halt einfach mal den Gewichtstest gemacht und da sind wir jetzt mal eben bei 130 Kilo. Und das finde ich für so eine 2,99 Euro Hängematte mega. Gut, Normalpreis bei Temu um die 30 Euro. 31 noch irgendwas, aber das ist ein Toppreis. Und sie hält. Also, Daumen hoch.